Ich weiß nicht Bobby, aber ich finde schon, dass unser Haus total schnieke ist, aber das Problem ist, wir haben noch gar kein Dach, wir haben noch gar kein Dach, wir haben nämlich, während wir sozusagen eine Pause gemacht haben von der Aufnahme, wir könnten ein bisschen dran arbeiten, unser Haus mal zu machen, wir wollten uns nämlich mal umsiedeln und sind jetzt ein bisschen weiter am Rand rausgegangen, das heißt, wir sind ein bisschen weiter zum Strand gegangen, denn Leute, mein Ziel ist es in diesem Projekt, dass wir uns da oben hinbauen und ich bin auf jeden Fall mega gespannt, ich habe mir ein paar Pfeile gemacht, ich habe 91 Pfeile insgesamt, 91 Pfeile und ich dachte mir so, heute können wir ja eigentlich mal was extrem geiles machen und zwar, wir bauen uns einfach ein, was bauen wir uns hier? Wir bauen uns ein Boot, ein Floß, ein Floß, ein Floß, auf dem man bauen kann, soweit ich weiß, kann man darauf bauen, kann man Kisten-Dingensens und möchte nämlich dann darüber fahren und möchte gucken, dass man da vielleicht gegebenenfalls schon ein paar Sachen platziert, aber Johan, hast du noch Pfeile, Johan? Ich habe noch 12 Pfeile, du hast noch 12 Pfeile, okay, du kriegst gleich, warte mal, du kriegst mal welche von mir, ich bin level up, level up, level up, level up, level up und wir haben ein bisschen wieder hier, Auflänkes gespielt, also wir haben jetzt Haushalt Auflänke gebaut hier. Ja, wir haben ein bisschen zusammengefahren, weil ich dachte mir so, das wäre so, das, was wir am besten machen, weil wir wollen nicht unbedingt euch die ganze Zeit mit Farm zu padronen. Johan, hier, komm her, hier. Ich muss kurz was up, level up. Da liegt Pfeile, da liegt Pfeile hier unten, da, hier wo ich bin. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Denn da hinten sehen wir es schon, da hinten ist wieder dieser Basilisk und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, den umzubringen. Warte mal kurz, ich muss auch hier mein Haus fertig bauen. Unser Haus. Ja, warte, das kann warten, ich möchte erst mal, dass wir das Vieh endlich mal zusammen besiegen, weil ich kann das auch nicht killen, das ist nur so einfach. Äh, wir können ausbrechen, das heißt, das kommt nicht. Also stimmt, ich habe jetzt das Spike-Dings, gell? Ja, du hast das Spike-Ding an Sons, du kannst jetzt zum Beispiel irgendwie in die Spikes locken. Okay, okay, okay. Äh, hoffentlich funktioniert das irgendwie. Hoffentlich. Siehst du das Ding da hinten? Das war nicht da hinten, so irgendwie. Oh, 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 oh. Komm, ich will da hoch, kann man da hoch? Nee, hier kommt man nicht hoch. Nein, komm man nicht hoch. Nein, komm man nicht. Verdammt, okay. Darüber, rüber, 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 rüber. Das Vieh ist hier hinten links irgendwie. Oh, ist das Vieh, ich sehe es nicht. Also nicht Schlange ist das, kein Beispiel, ist das ein Schlangetubst. Ja, Basilisk. Ich glaube, der heißt Basilisk. ich gehe war der anderen seite hier mal ich bin ab ja hallo schlange ich muss bisschen was weg ich bin so schnell nein ich brauche unbedingt essen gleich ich bin jetzt vor dem vier ich bin über die ich bin über der wirst du ich sehe dich nicht ganz mal an rand von so einem ding ich hab's kurz ja es kommt es ist draußen ist es draußen ich hab's probiert zum abschließen hübschers achtung ist bei mir es macht es macht es macht es macht es macht es geht hoch ist es ist bei mir ist bei mir es ist ich schieße das ganze zeit ab wo ist das gift oder sowas ich sehe nichts wo ist wo ist wo ist wo ist hier genau ich sterb 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 ich bin 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 wie kann man sich hielten taussten essen 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 was für essen hallo bitte halt still hallo man darf nicht zu sagen so nahm heran stehen weil das abweben das bewegt ein wo ist das krieg ich da und das ist bei mir direkt bei mir unter mir ist es doch mal zu speiz ja du musst aufpassen das ist giftig ja und ich bin gleich tot ich renne 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 auch direkt rein ne viele feile muss ich denn noch vergeuden okay mach du mach du mein gott ich glaube ich hab's bald irgendwann wie viele hat das ding denn ich ist auch dran ich ist auch dran warum das müssen wir zusammen kriegen ganz ganz weit mit spannen ja das ist jetzt voll aufspann mache ich die ganze zeit da kommen weil es hat schon 28 feile gefressen von mir ja komm wie viel leben hat das wie irgendwas greift das vier an was habe ich noch für viele feile habe ich noch ich habe noch sieben falle zu ich habe 21 noch kommen das muss irgendwann sein gibt mir jetzt ich möchte viel ich möchte das viken das hat mich jetzt so aufgekippt ist wie ich es auch mal gehen kommen nein was er aufbogen ich habe kein falle hatte ich kann vielleicht welche noch machen hallo was auch was auf holz ich glaube ich habe es ja lernt das brauche ich denn noch alles okay es ist jetzt unter mir ich brauche holz hast du heute noch hören hast du wissen ja ich habe kann man keine falle machen da bin ich fühle ich habe 37 holz noch jetzt passt schon dort gar keiner mehr wir brauchen wir brauchen faser ich habe ich habe ein betäubungspiel hatte vielleicht kann ich nicht schießen ja warte ich muss kurz gucken was feuersteine bräuchte ich jetzt das ist perfekt hier ich kann den betäubungsding sich ausrüsten tops musst du glaube ich weiß nicht genau jetzt funktioniert er gedrückt halten oder so ist es noch da ist immer da muss doch es ist hier unten das ist ja und glaube ich hier unten hat doch also noch da ist noch da ist noch da haben hert trägst sie ist tot ne manchen dachguss achtung 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 als pfeile kannst wir auch vielleicht jetzt geben ich bin vergiftet worden kacke ich bin bei meiner leiche liegen am boden also ich habe ich verpfeile ok mal sehen ob ich welche machen kann wird er sagt dass wir hier genügend zeug haben für die pfeile wir brauchen auch gar nicht schießen wo ich ist ja mal troffen kommen was brauche ich was für euch alles für die pfeile feuerstein brauche ich jetzt okay ich brauche red feuerstein wo habe ich denn da kann ich das machen was krieg ich was brauche ich brauche ich brauche ja alles gut hast du gekillt nene 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 alles glaube ich sagen ist richtig viel aber ist es tot ist es tot man ist es tot habe ich gesagt dass ich auch keine pfeile mehr er muss warten ich probiere gerade ein bisschen es ist so laut glaube ich ist so laut glaube ich hat schon blut überall ich glaube bei den dinos sieht man irgendwie dass du wenn du bin ich ganz ich sehe sich ganz ich weiß jetzt nicht genau wie viel leben hat das ding ist weil er 36 oder dann wird das schon ein bisschen leben haben wollen wir es gehen können ganz irgendwie hochkommen oder was auch nicht ich probiere jetzt mal ein bisschen holz zu kriegen ich muss wie gesagt muss ich gucken dass ich nirgendwarte mal was passt faser was man faser 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 ist das teil was hat was brauchte ich für die pfeile 6 und 2 ich habe eine leiche und schau ob holz und so was hast doch das war ein bisschen holz weil ich jetzt mal jetzt kraften stein das noch stein gehabt du brauchst du kannst du kannst du kannst du kannst du kannst feuerstein ich sag mal ein bisserl hast du müssen unbedingt gucken dass wir das ziel jetzt da und kriegen bitte ich muss auch oder ich habe doch alle gelernt oder habe ich nicht wenn dann lernt so schnell ich sind glaubt nicht teuer oder die zu lernen ja wo sind die pfeile war da sieht die pfeile wir noch machen könnte mir bogen machen bitte sagt dass man bogen machen kann die pfeile schreibe ich nicht an julian sonst rast dich aus trupps wo sind die pfeile ich finde es nicht will ich das viel zu dir geht ja warte steinfall habs dicken fetten haufen ein vereinheit das kannst du aber wissen so ich hab's habe ich genug glaube ich glaube ich habe ich habe elf grad neuer ich habe mir holz oder was brauche ich mir ich brauche mir feuerstein feuerstein ich habe ich habe ich habe hier okay nein wo ist das die wo ist das hier sollte einer kippling muss sein wahrscheinlich ist und er hat sich gerade eingreifen war ich hoffe kurz dings war da war also wenn wir das viel gekillt haben junger meister kreuz so ich habe 28 30 pfeile bei mir sein oder das bei dir oben ich weiß was ist irgendwo er hatte bei mir drüben keine ahnung wir könnten ich glaube früher oder später kann man feuerfeier machen wenn ich mich nicht täuschen wo ist hinter mir okay ist hier ist hier bei mir es kann immer noch nicht hoch glaube ich ne hoffentlich es hat sich eingebuddelt was ein bogen ist kaputt mein bogen ist kaputt reparieren sicher ich repariert da ist es kommt es kommt es kommt es ja das muss doch funktionieren ich kopf ich glaube ich habe jetzt auf den kopf da ist es da oder ich gehe unter ich tags das dauert jetzt lange ob meine axt kaputt ich habe noch zwei tags ja ich doch nicht weiter dass der axt kraft und ich habe noch zwei tags ja das hat schon ein paar pfeile gefressen es hat sachen dabei gehabt wasser gelischt schuppen taubungsfeiler ja nice alter gut wir haben das ding gekehrt naja ist endlich am anfang durchgehend getötet hat endlich ok so wollen wir jetzt vielleicht doch machen dass das wir machen wollten erst los das ist das ist vom floh ja das ist das bloß machst du es dabei weil ich kann auch was erlernen also ich hab das ja schon alle ein top ist tot als sound fundament wir könnten mal mal irgendwie so ein drachen einsperren wir könnten mal so drachen einsperren nein bis dort ich bin wieder durch diesen doofen pilz gelaufen alter ich hatte diese pilze bin noch mal dabei aufgestiegen geil vielleicht daran dass wir den multiplikator hoch gestellt haben aber wir kommen voran ich kraft mit dem world torch ab level 24 kann man stein sachen machen geil nice ich hab mir auch jetzt erlernt so einen fahrspiel zu machen leute das heißt ich kann mir jetzt können gucken dass wir uns später das sind da auf dem ja genau auf den berg hier ich glaube jetzt nicht mehr durch pilze das kannst du knicken alter ich war mal das ding vor uns hin okay also vor unserer base dass ich die video der schlange kommt und es direkt gilt also den die spikester wir haben sogar ein fenster hier drinnen hast schon zeigt das fenster da kann man herausgucken wenn dinos kann oder so oder wir machen das einfach so wo dann darauf das passiert dass wir das gleich geplatzierte nicht dass wenn irgendwelche großen fischer aber wir haben hier schon mal jedoch auf der tür ja du musst drücken gehen weil ich weil ich habe die wand in der hand kommt es ist eingangs doch hatte ich doch doch ein doch ein doch ein doch ein doch doch ein doch 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 nein ich kann das boot machen das floh kann ich ausgaben ich kann die ausgaben ich kann das geben schon boden schon boden schon boden schon boden hatte ich zu kurz die sachen rein machen hört setzt mich nicht unter druck was ist das ja also stimmt der leiche denn der leiche erholst der holst eine leiche wenigstens so sozial sein kann jeder welcher welcher welche runterkommen weil ich zu schwer gewesen wäre ich bin direkt in der pilz drin böse 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 peter ich hasse diese pilze die sind schlimm durch eine strohwand platzieren weil ich habe eine strohwand ich habe eine strohwand sollte platzieren hatte ich hasse dieses ich hasse diese pilze platziert die strohwand es sind nur so der zwischenwand das ist egal alter ich bin richtig man ich möchte wissen wo dieser dieser komischen picture eine starke nahkampfwerke mit teilspitzen gegenseitzen schwer kann sie nicht geworfen werden okay okay mach 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 ich guck dass wir jetzt den ofen machen was das artefact die hinterzocken oder andere dinge steht okay löper was kann man damit machen instrumente ja aber ich hoffe dass wir bald mal dass ich bald Dach, 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 Ceiling. Ich bin Level Up, ich hatte richtig viele Tools, Speeren, Steinschleuder. Okay, nice. Ich habe 41 Dings, was ich lernen kann. Nice, nice. Das gleiche Lärten. Halt der Maul, hübsch. Mörser an Stößel, was denn? Bei Mörser an Stößel kannst du so Pasten zusammenrühren, dass die Narkose passen. Okay. Ich glaube, mit der Narkose kannst du dann diese Betäubungspfeile machen, oder? Soll ich mich da? Speed? Speed können wir auch mal machen. Geht das jetzt so? Nee. Okay, gut. Das hier ist Holzkäfer. Okay, für ihn auf dem von Gefangenen. Wir könnten Dodo oder so ziehen oder irgendwie einfangen. Ja, das wollte ich auch schon überlegen, ob wir irgendwelche Dinos ziehen sollen. Habt ihr Vorschläge, was wir gegebenenfalls ziehen könnten? Das würde uns mal interessieren, oder? Denkt ihr so einfach, nein, tötet alles böse. Äh, alles probiert auch uns zu töten, außer die Dodo sind ein bisschen zu dumm dafür. Aber... Äh, das sieht ganz nice aus. Sieht wirklich aus wie so ein kleines Strandhäuschen, oder? Ja. So, Jörn, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Das ist fertig. Los ist fertig. Das ist fertig. Ich kann Fallschirm, ich kann Fallschirm craften. Und ich kann, äh, der bessere Hose craften. Mit Metallbahnen. Oh, toll. Ähm, Jörn? Was denn? Komm mal her. Ich glaube ich sollte doch noch lieber vielleicht ein bisschen was einlagern. Wir vorher gehen. Kann ich das Ding? Scheuern, steuern, steuern, steuern. Scheuern. Oh, leu. Du, Jörn, bist du bereit? Was machst du dazu? Komm. Komm. Geh gerade auf dich hören. Warte, meine Leiter noch. Einholen. Man kann Dinos drauf platzieren. Kommst du, lol. Lädig auf das Ding. Du musst Matrose, setz dich drauf. Ei, ei, Captain. Da. Jetzt, huuuu. Huuu. Alter, es geht ja richtig ab, oder? Es geht richtig ab, lol. Du, ey. Mal schauen. Ist das ein Horstbot? War cool. Ja, ja, das kann man, das kann man sich mit dem Ding machen. Was ist das für ein Ding? Was siehst du das da? Was ist das? Einfach mal abschießen. Vielleicht passiert was witziges. Jörn, schwimm mal hinten. Jörn, fass das mal an. Los, Jörn. Aua. Aua. Nichts Schaden? Fahr weg, quick, quick, quick. Ich kann nicht mehr können. Ich glaube wir müssen ins Wasser springen. Was? Was war das? Warte, kann man das abbauen, glaubst du? Sind da auch welche drinnen? Ja. Hör auf drauf zu schießen. Er schießt drauf. Hör auf drauf zu schießen. Er schießt drauf. Mit der Axt. Mit der Axt. Mit der Axt. Oh mein Gott. Mein Gott. Nein. 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 Wir durften da nicht mehr drauf schießen. Ah. Ah. Meine Axt ist kaputt. Ich krieg gar nicht so viel Damage. Ich schon, alter. Die Scheiß. Die, 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 die Fliege. Hilfe. Hilfe. Ich krieg gar nicht so viel Damage. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Okay. Alles gut. Alles gut. Die gehen da nicht mehr hin. Alter. Ihr müsst mal, ihr müsst da so'n Fenster machen. Ich bin nach oben gesprungen und dann hast du gekackt. Okay. Wofür Hunger hast du? Warte ich esse kurz einen komischen Pilz. Ich krieg richtig viel Hunger. Woh. Ich seh nichts. Was ist das? Die Hände ist so ein Wasservieh. Das ist gefährlich. Ich seh nichts. Es ist alles schwarz bei mir, weil ich grad ein Dings esse. Oh. Was ist da vorne? Das ist so ein Wasservieh. Spinne. Lass weiter in die Richtung. In die Richtung fahren. Ja ja. Bin ich dabei. Ich will gucken, dass wir gleich noch aufhören. Wir gucken, dass wir gleich noch aufhören. Wir gucken, dass wir gleich noch aufhören. Ja. Alter Vater. Es gibt doch runter. Junge Junge. Es gibt doch unter Wasserviecher, gell? Echt? Sie gerochen. Sie urbösen rochen. Bin ich schon mal gestorben von dem. Ja. Uh. Hier haben wir einen Aufgang gehören. Uh. Da hab ich keinen guten irgendwie. Links warst du? Den glatten haben wir garantiert nicht. Aber. Man kann ja schauen. Aber wir hätten nicht aufhören. Also es ist definitiv ein Gabs. Tops, komm wieder ja. Sonst da trinke ich. Echt? Tops, komm ja. Da kann man nicht hoch. Schönen Tag Jörn. Auf Wiedersehen. Sie kann man nicht hoch. Warte. Doch. Tatsache. Jörn. Ich geh jetzt hoch. Kommst du mit? Nice alter. Ich komm mit. Pass auf es nicht runter rutscht. Oh oh. Pass auf das ist wirklich nicht hier. Oh. Oh. Okay es ist sehr dunkel gewesen. Es ist sehr dunkel gewesen. Was denn? Man rutscht hier ab. Ja man rutscht hier ab. Ja man kann. Man kann. Äh. Warte mal. Hast du noch ein bisschen Holz oder so? Ja. Kann man. Äh. Muss aber aufpassen. Nicht dass ich jetzt auf einmal irgendein Vieh verfolgt ne. Weil dieser Turm hier. Den will ich zu unserem Turm machen Jörn. Das habe ich nämlich in einem Video gesehen. Da kann man richtig geile Sachen machen. Man kann sich richtig schön expanden. Man kann richtig große Basin machen. Kann ich schießen. Kommst du Jörn? Ja. Aber man kann auch glauben unter Wasser ist auch relativ viel los oder? Oh. Ja. Da ist viel los. Da ist viel los. Ähm. Kann ich mehr hoch? Kommst du? Nee ich kann nicht mehr hoch. Aber das ist doch. Das ist wie es sagt. Also ich trage mich hoch. Lass mich mal fahren. Ach Jörn. Ich bin der Käpt'n. Du musst mich Käpt'n nennen. Aber pass auf unter Wasser sind richtig gefährliche Viecher nicht. Wenn ich das so reinfällt. Aber das Wasser sieht einfach wunderschön aus. Ja. Da würde ich auch am liebsten selber rein springen. Wenn ich nicht wüsste, dass da irgendwelche komischen Dinge sind. Das ist komisch. Das ist eh das. Also das ist eh das. Hast du erreicht sind? Oder? Ja. Guck mal da ist direkt unsere Base. Ey wir haben. Warte mal. Woh lang fährt das jetzt eigentlich? Können ja eigentlich mal so so eine kleine Rundfahrt machen. Dass das Boot war nicht teuer. Und die ganzen Sachen die wir gemacht haben waren auch nicht teuer. Das heißt wenn wir jetzt sterben würden. Ne lass mal. Lass mal. Lass mal wieder nach rausgefahren. Ich glaube da ist quasi der Folge oder? Ja ich glaube wir das machen. Wir erkunden einfach bei der nächsten Folge einfach mal. Äh. Woh es weiter geht. Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr nach unten möchtet. Like und Abo. 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 Und kann das schwimmen. Ich bin tot. Es sind drei. Oh. Von den Aberrant Piranha. Was für Piranha. Es gibt Piranha so im Wasser. Da musst du aufpassen. Ehrlich. Oh. Ich bin roter gesprungen weil ich dachte das geht auf dich. Weiß eh. Ich bin roter gesprungen. Wo sind meine Alzheimer's. Wo sind meine Alzheimer's. Ich glaube das Vieh hat es gefressen oder? Mh 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 mh. Ich hasse dich. Lass like und Abo da. Und tschau.